Kannst du wirklich? Und ich muss jetzt... Was muss ich jetzt machen? Ich habe alles, ich gehe jetzt nämlich wieder raus aus dem Nether. Nur ich weiß nicht, wo der ist. Wo der... Wo das Nether-Portal ist, muss ich mir mal kurz anschauen. Schubidubidububu. Okidoki, ich muss auf. Ich muss in die Richtung. Und... Ja. Gut, jetzt ist mir jemand gejoint. Ich würde gerne noch eine Folge hier... Mich ausrüsten. Und dann kämpfen. Nur... Ich weiß halt nicht... Wo ist da irgendwo hin? Äh... Ja, der ist da hinten irgendwo. Müsste sein. Ich wollte eigentlich mit dem Geli dass der auch dabei ist, aber der ist jetzt nicht da und ich bin im Stress, weil ich muss das nämlich heute hochladen. Heute ist der 8. Dezember So Ich muss ja hier Members of Day verteidigen. Oh, da ist das Endeportal. Alles klar. Da muss ich irgendwie hin. Lalalala 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 La? Oh Alles klar. Alles klar. GG Gut. Was? Was? Für mich? Auch? Sehr gut. Was? Ähm Okidoki Das kam etwas unerwartet Gut, das war's von Intensive Ihr könnt auch bei mir vorbeischauen, ich mach auch BVP War auf jeden Fall recht lustig. Wir hätten eigentlich, eigentlich sind wir ziemlich blöd gestorben. Ich mein, Geli vor allem und ich bin auch eigentlich durch Fallschaden gestorben. Ich hoffe, nächstes Mal machen wir das besser. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal und schaut bei mir vorbei. Mein Link ist unten in der Beschreibung. Ciao. Hallo Untertitelung des ZDF, 2020